Der Omi-Token hat zwei neue Exchanges, die schauen wir uns auf jeden Fall genauer an. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz das Recap an vom Community-Update auf dem Discord. Und wir schauen uns auf jeden Fall noch viel, viel mehr an und nochmal das nächste Comic mit den Drop-Details. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein VW OG mit den wichtigsten VW News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen immer schön den Kanal abonnieren und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein ins Video. Und die erste Part des Videos sind tatsächlich zwei neue Exchanges für den Omi-Token. Und ja, das ist eigentlich ziemlich moderat, wenn wir uns mal anschauen, was für Exchanges das eigentlich sind. Und zwar ist das nämlich einmal BitUbu und dann einmal noch BingX. Die untere Exchange wird wahrscheinlich dem einen oder anderen etwas sagen, die obere Null eher nicht. Denn ja, die obere bzw. die BitUbu ist tatsächlich eine eher meiner Meinung nach unvertrauenswürdige Plattform, wo ich persönlich jedenfalls nicht kaufen würde. Die BingX Exchange dagegen ist tatsächlich doch ziemlich interessant. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie viel Volumen hier in den letzten 24 Stunden in etwa gehandelt wurde, ja, dann reden wir hier in etwa von 118.000 US-Dollar. Das ist nicht mal so viel. Wenn man das aber tatsächlich ins Verhältnis setzt zu den anderen beiden großen Exchanges, dann ist es tatsächlich jetzt die drittgrößte Exchange von dem Volumen. Also gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Leute denn das Ganze nutzen und wo das Ganze auf der Exchange-Liste steht, dann ist das tatsächlich relativ weit oben, nämlich auf Platz 20 der Exchanges mit einer monatlichen Nutzeranzahl von 10 Millionen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Leute denn eigentlich hier wirklich auf anderen Exchanges aktiv sind, ja, dann schauen wir uns mal hier an. Von 5,4 Millionen, 6,3 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen, 7 Millionen, 1 Million, 1 Million, 9 Millionen. Und wir sprechen hier teilweise von Exchanges wie zum Beispiel BitGet. Das heißt, sie haben sogar mehr Leute da als BitGet. Dann haben wir zum Beispiel hier aber noch BCS, kenne ich jetzt persönlich nicht. Binance US hat tatsächlich sogar weniger, Crypto.com hat tatsächlich sogar weniger, Kraken hat weniger, KuCoin hat weniger und auch Ruby hat weniger, sowie auch OKX tatsächlich. Also wir sprechen jetzt tatsächlich von gar keiner so uninteressanten Exchange. Das Ganze ist aber tatsächlich nicht von oben hier ausgegangen, sondern BingX hat sich selber dazu entschieden, weil sie persönlich jedenfalls die Omi-Community cool finden, das Ganze hier auch auf ihrer Exchange zu listen. Also wir sprechen auf jeden Fall hier von einem relativ positiven Erfolg zu diesem Moment. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was BingX da mit dem Token noch macht. Ob sie das Ganze noch mehr promoten oder ob ihr Krumi da auf sie zugeht und das Ganze noch mehr pusht über BingX. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber das auf jeden Fall zu dem Omi-Token-News. Und ansonsten kommen wir auf jeden Fall zu dem Community-Discord-Update. Wenn du dir das Ganze nochmal anschauen möchtest, ich habe das Ganze live aufgenommen, findest du hier auf jeden Fall in der Videobeschreibung den Link dazu. Ansonsten natürlich auf meinem Channel sowieso. Im Prinzip muss man tatsächlich sagen, zusammengefasst hat das AMA nicht wirklich viel gebracht. Wir haben zwar so ein paar Hintergrundinformationen bekommen, die ganz nett sind und die auch vielleicht so um das ganze große Bild so ein bisschen zu besser zu verstehen, auf jeden Fall ganz interessant sind zu wissen. Aber im Großen und Ganzen gab es tatsächlich nicht wirklich Neues. Das Einzige, was man so sagen kann, ist tatsächlich, dass Crypto-Payout aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich immer noch nicht da ist. Und wahrscheinlich auch, dass man eine längere Zeit nicht kommen wird. Einfach aus regulatorischen Gründen und tatsächlich auch, weil einige Dinge einfach vorgehen. Beziehungsweise durch das regulatorische wird das Ganze einfach total ausgebremst. Und dadurch, dass sie in Neuseeland ansässig sind und dort mit einer der härtesten Geldwäschegesetze sitzen, beziehungsweise dort gemacht sind, wird das Ganze natürlich immer schwierig. Und deswegen müssen natürlich dort auch die Rechtsabteilungen schauen, dass sie das Ganze wirklich auch für Vivi hier perfekt hinbiegen, dass sie hier keine Anklage bekommen. Denn das wäre tatsächlich gar nicht gut für Vivi. Ansonsten, was das Thema MCP angeht, gibt es nur ein kurzes, kleines Update, dass es hier auf jeden Fall noch einige Tage dauern wird, beziehungsweise vielleicht auch ein bis zwei Wochen, bis dann auf jeden Fall hier die weitere Beta fortgesetzt wird und dann weitere User auf jeden Fall hier hinzukommen können. Aber das Ganze sieht auf jeden Fall generell erstmal sehr positiv aus. Im Anschluss möchte ich auf jeden Fall gerne noch etwas promoten und zwar nehme ich die neue Collection von Energy on Tour. Und zwar geht es hier nämlich um die Ikumi Vivi Fam Collection. Schaut euch das sehr gerne an. Ich packe euch einmal hier den Link zu dem ganzen Trailer in die Videobeschreibung. Und ansonsten schaut auf jeden Fall auch gerne bei dem Twitter-Account von Energy vorbei. Dort habt ihr auf jeden Fall noch sehr viel mehr Informationen. Wir können es aber auch im kurzen Ausschnitt einmal anschauen. Und zwar geht es nämlich hier um eine NFT-Collection, die der Gute hier einmal gemacht hat. Ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr, sehr cool und muss man ehrlicherweise sagen, das ist eine Menge, Menge Arbeit. Vielen Dank auf jeden Fall Energy, dass du das für uns machst. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall mal einen sehr interessanten Chart an. Und zwar geht es hier nämlich um den Chart, wie viele Collectibles in den letzten 30 Tagen dazugekommen sind. So in den letzten 30 Wochen an dieser Stelle, nicht in den letzten 30 Tagen. Und wie sich das Ganze auch auf Social Media entwickelt hat. Und wenn wir uns das mal anschauen, ja dann ist das tatsächlich ein relativ eindeutiges Zeichen und spiegelt genau das wieder, was wir auf dem Vivi-Markt sehen. Und zwar sind nämlich die Tokens, die insgesamt gemindert wurden, also wie viele Collectibles neu dazugekommen sind, sind natürlich gestiegen. Ich denke, das ist logisch. Die neuen Owner, die dazugekommen sind, ja es ist relativ linear an dieser Stelle verlaufen. Die neuen Twitter-Follower sind auch nicht wirklich dazugekommen. Dann haben wir die Discord-Follower, die gehen auch weiter runter, genauso wie die Instagram-Follower. Das heißt, hier muss jetzt auf jeden Fall etwas passieren, aber sie sind ja auch schon dabei, hier auf jeden Fall das Marketing etwas anzufahren. Mit mehr Posts, mit besseren Stories und so weiter und so fort. Und bald haben wir auch noch das Binance-Interview. Das heißt, das könnte auf jeden Fall nochmal einiges pushen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Daten und was für einen Einfluss das Ganze dann hier wirklich auch auf Vivi haben wird. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den nächsten Great Comic Job an. Wenn du noch mehr wissen willst über den Comic, dann schau dir auf jeden Fall mein letztes Video an. Dort habe ich nochmal ein bisschen expliziter über das Comic gesprochen und warum das ein Grail eigentlich ist. Das Ganze wird heute am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich immer, wie immer, in fünf Comic-Covern. Ja, das ist auf jeden Fall einmal die Kammer, die wir sehen werden. Natürlich mit exklusiven Rare und auch Ultra-Rare-Covern an dieser Stelle. Finde ich an dieser Stelle eigentlich ziemlich cool. Und hier ist eine große Besonderheit, denn wir haben es mit einem Listenpreis von 10 Gems zu tun und einer Editionzahl von 7500 Stück. Was für dieses Comic tatsächlich sehr, sehr wenig ist. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, dass dieses Comic sehr schnell weg sein wird. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vivi-News, die du da draußen auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Aber natürlich auch die Comi-News. Deswegen Glocke aktivieren, dann verpasst du definitiv keine News mehr. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir aber auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.